Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich bei der Fire TV Stick Fernbedienung das versteckte Batteriefach hier hinten richtig öffnen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal anhand der normalen Fernbedienung, also der etwas älteren und an der für den neuen 4K Stick. Schauen wir uns das erste Mal das etwas ältere Modell ohne die Lautstärkenregelung hier unten an. Dieses muss ich jetzt einfach mal auf den Kopf drehen und nochmal um 180 Grad wenden und dann können wir hier vorne nämlich auch schon so einen kleinen Pfeil sehen. Und dieser Pfeil zeigt dir meine Richtung, was auch schon sagt, dass das Batteriefach hier hinten versteckt ist und ich diese Abdeckung hier noch in meine Richtung vorschieben muss. Das eigentliche Problem ist jetzt aber, dass es beim ersten Öffnen hier wirklich sehr, sehr schwer geht und meistens denkt man dann auch, dass man vielleicht etwas falsch macht. Aus diesem Grund muss man hier vorne etwas genauer hinschauen und dort kann ich nämlich mit meinem Fingernagel in diesen kleinen Spalt hier oben reingehen und schaue, dass ich diese Öffnung wirklich die Abdeckung wenigstens einmal leicht aufbekomme. Du kannst sehen, es hat sich schon etwas verschoben bei mir und wenn du jetzt noch das Problem hast, dass du hier die ganze Zeit mit deinem Finger abrutscht, dann kann ich dir noch so einen Einweghandschuh empfehlen. Hierdurch habe ich jetzt einfach mehr Grip und ich kann das Ganze wirklich sehr leicht nach vorne aufschieben. Jetzt muss ich meine Abdeckung hier noch einfach nach oben runterheben und schon können wir hier hinten die Batterien sehen. Jetzt kann ich meine Batterien hier vorne auch schon austauschen, indem ich einmal hier beim Plus Pull reinlage, etwas Richtung Minus Pull drücke, erste Batterie rausnehmen, zweite Batterie rausnehmen und diese dann einfach gegen zwei neue ersetzen. Ich schaue wieder, dass ich Minus und Plus Pull natürlich richtig rum einsetze, so wie es davor auch der Fall war und schon habe ich jetzt meine neue Batterie drinnen. Ich kann die Abdeckung nehmen, schaue, dass ich sie wieder hier vorne mit etwas Abstand aufsetze und dann kann ich sie zurückschieben und somit habe ich auch schon die Batterien bei meiner ersten Fernbedienung richtig gewechselt. Bei meiner neueren Fernbedienung hier schaut das alles relativ ähnlich aus. Ich drehe diese einfach mal um, dann kann ich hier vorne schon den kleinen Spalt ziehen und auch diese kleine Mulde hier, wo ich mit dem Daumen gleich die Abdeckung nach unten schieben kann. Ich gehe also hier vorne noch einmal etwas mit meinem Fingernagel rein, da es somit um einiges leichter geht zum Öffnen und jetzt einfach mal hier wieder mit meinen Daumen diese ganze Abdeckung nach unten schieben. Der einzige Unterschied ist, dass die Abdeckung nicht ganz über die Fernbedienung hier drüber geht und dass ich sie komplett nach unten hin rausziehen kann und schon haben wir hier unten unser Batteriefach. Hier haben wir jetzt auch den Unterschied, dass die Batterien nicht wie gerade eben nebeneinander sind, sondern hintereinander und hier drin ist noch eine schöne kleine Abbildung, welche auch zeigt, dass hier der Minuspol ist und dann Pluspol kommt. Also ich tue einfach mal meine Batterie richtig rum hineingeben, schaue, dass Minus in meine Richtung schaut und dann bei der zweiten Batterie genau dasselbe spielt. Drücke es etwas in meine Richtung, die Batterien sitzen und schon kann ich meine Abdeckung hier einfach von hinten nach vorne schieben, bis es leicht klackt. Und somit haben wir jetzt auch schon das Batteriefach hier richtig von meiner Fire TV Stick Fernbedienung geöffnet. Wenn du dir für zu Hause jetzt den neuesten Fire TV Stick mit Fernbedienung, diese Fernbedienung mit Lautstärkenregelung einzeln oder auch hier mehrere Ersatzbatterien auf einmal zulegen möchtest, um einfach etwas Geld zu sparen, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken erstellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eines von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.